Heyo, was geht? Hier ist euer Rap Marek und wir werden euch wieder eine chillige Mission diesmal zeigen. Die kommt von einem Modder, einem bekannten YouTuber, das werdet ihr auch gleich nochmal in der Mission hier nochmal sehen. Ja, ihr müsst das Ding erstmal runterladen bei Social Club, dann halt auf markierte Games und dann hostet ihr das. Das Ganze geht natürlich wieder nur zu zweit, weil das ein Deathmatch ist und also einen Kollegen. Da ihr aber das große Flugzeug theoretisch fliegen könnt, braucht ihr eh einen Kollegen. Das Ganze solltet ihr ohne PS3-Headset machen, am besten Teamspeak oder so. Könntet ihr gerne auf unserem Teamspeak das Ganze machen, wir haben ja auch unseren eigenen. Wird wohl wahrscheinlich in der Videobeschreibung noch sein und die Adresse und könnt ihr reinjoinen. Und ja, wenn ihr die dann gehostet habt, müsst ihr das dann mit dem besprechen. Denn ihr müsst, wenn ihr in diese großen Flugzeuge rein wollt, müsst ihr das Ganze zu zweit machen. Indem ihr als allererstes an der Tür steht, da wo die Tür natürlich vom Flugzeug ist. Dann drückt ihr Dreieck nur einmal, dass er automatisch läuft. Dann muss euer Kumpel dann dahin und einmal Dreieck drücken, dass er automatisch läuft. Ja, sonst, ja, ihr seht jetzt gerade, wir hosten die Mission. Sonst ist das Ganze ganz easy. Da sind auch sogar Zeppeline, die Dinger könnt ihr nicht fliegen. Das haben wir leider letztens ausprobiert, das geht damit natürlich nicht. Und ihr seht auch da schon das UFO und auch die gemoddeten Flugzeuge da hinten in gelb. Oder Helikopter, Entschuldigung. Den Space Doctor und, ja, den Gabelstapler. Und ihr seht ja schon diese riesigen Flugzeuge. Ja, ich lasse jetzt soweit laufen, dann könnt ihr es nochmal sehen. Und natürlich Abo, Kommentar, Dislike. Alles natürlich gern gewünscht und sehe ich auch sehr gerne. Wenn ihr Anregungen habt, haut sie nochmal in den Kommentaren rein. Und vor allen Dingen, wenn ihr Bock habt, mit uns zu reden oder zusammen ein Video aufzunehmen, kommt in TeamSpeak rein. Das Ganze geht natürlich viel besser. Also Leute, genießt wieder die Musik und haut rein. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Wiggle 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 Schick what your mama gave you, misbehave you, I just wanna strip you here.